Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sternenfeld. Wir spielen mal wieder eine Runde Starfield und ja, letzte Folge waren wir hier auf unserer wunderschönen Kreuzfahrt zu Gange. Wir müssen jetzt die Bank sprengen, dafür müssen wir nach New Atlantis. Ich hoffe wir haben keine Schmugglerware an Bord, aber ich glaube nicht. So Andrea, dann lass uns mal abziehen. Wir müssen einfach mal die erstbeste Tür aufmachen und gucken, ob wir überhaupt in die richtige Richtung abziehen. Okay Andrea, wir gehen wieder durch die Tür zurück. Wir sind in die falsche Richtung abgezogen. Dann versuchen wir es in New Atlantis natürlich auch irgendwie so hinzukriegen, dass wir uns die UC... ...notfall auf dem Schiff. Bitte begeben Sie sich zurück in Ihre Kabine. Mach ich. Ähm, dass wir uns die UC natürlich nicht zum Feind machen, das wäre wünschenswert. Ich muss mal kurz gucken. Unser Sicherheitsteam wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie während des Notfalls in Ihrer Kabine bleiben. Die Siren of the Stars befindet sich im Notfallzustand. Bitte kehren Sie in Ihre Kabine zurück. Ja, das tue ich. Ich muss die nur finden, hi. Gleich klatsche ich euch eine. Ich gehe doch schon in meine Kabine. Ich muss die doch nur finden. Meine Kabine ist glaube ich offiziell mein Schiff. Ähm. Ja, und dann in New Atlantis werden wir auf jeden Fall versuchen. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Sicher ist es nur eine kleine Störung oder eine Übung. Dass wir uns die UC nicht zum Feind machen, so haben wir das auch gesagt. Das werden wir bestimmt schaffen. Entweder während ich erzähle, können wir mal kurz die ausrüsten. Oder auch drei. Okay, warte, ich gebe dir Waffen. Das ist doch kein Thema. Ähm. Was möchtest du denn haben? Möchtest du die Coach-Bee hier haben? Die kannst du natürlich haben. Bitteschön. Ähm. Ansonsten willst du noch mehr Waffen hier? Dann nimm doch eine hiervon. Und den Rest behalte ich. Und dann gebe ich dir einfach noch ein paar Sachen, die Dietrich hier nicht. Das ist alles geklaut. Und dann waren wir fleißig. Äh, das kannst du und so. Jetzt haben wir, sind wir nicht mehr überladen. Ah, ja. Wir sind fertig. Der Käpt'n hat einen Notfall ausgerufen. Begebt euch bitte geordnet zu euren Kabinen. Und bleibt dort, bis ihr weitere Anweisungen erhaltet. Launt wie soll. Ich bräuchte hier langsam Pfeile auf dem Boden, die mir zeigen, wie ich runterkomme. Also ich soll nicht durch den Stern sein, das weiß ich schon. Das wäre eine olle Kackkabine. Bitte nicht, sag nix, sag nix. Notfalls zugestanden. Bitte kehre Sie in Ihre Kabine zurück. Habe ich verstanden, mache ich nicht. Unser Sicherheitsteam wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie während dieses Notfall sind. Ah, das Sicherheitsteam kann mich mal am Arsch schlecken. Ach, nicht schon wieder. Schnell weg. Und durch. Wir sind schon wieder in die Kabine. Hä? Bin ich denn total bescheuert? Wie komme ich denn da unten hin? Jetzt gehe ich doch nochmal in den Sternseil. Oh Leute, ihr spielt doch mal eine andere Platte ab. Euer Sicherheitsteam kann mich gerade mal richtig gern haben. Ich habe gerade ganz andere Sorgen. Ich muss zu meinem Schiff. Zeig das Ding mir einfach. Nein. Nein, nein. Ach da, guckt. Ja. Der Punkt da oben war einfach pures Mobbing. Dafür klauen wir noch ein paar Sachen. Ich weiß, ich lasse mir immer zu viel auf. Ja. Aber das macht gar nichts. Weil, guck mal, wir können hier... Okay. Ich versuche mal ab jetzt nur noch die Sachen mitzunehmen, die einen Wert von über 100 haben. Über 100. Einen Rest lasse ich liegen. Einen Wert von über 100 nehmen wir mit. Äh. So eine Glocke natürlich auch cool ist. Der Käpt'n hat einen Notfall ausgerufen. Begebt euch bitte geordnet zu euren Kabinen. Und bleibt dort, bis wir weiter. Wir gehen jetzt, weil mir geht das hier alles auf den Sack mit. Geht weg. Und ein Notfall wurde ausgerufen. Und Käpt'n hat Panik. Und ach, das ist ja alles schrecklich, was hier passiert ist. Mein Gott, wir können doch die Lebenserhaltungssysteme wieder anmachen. Passiert doch nichts. Was ist das? Aha. Klingt wichtig. Nehmen wir mit. Was ist das? Okay, das klingt nicht so wichtig. Isotropisches Kühlmetall. Damit können wir Sachen herstellen. Gut, dass wir in diesen, wirklich in exakt diesen Schrank reingeguckt haben. Äh. Du, 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 du. Wir looten alles leer. Über ein Ziragenkochfeld. Und eine Induktion. Was weiß ich. Ähm. Zwirbel. Braucht man nicht. Ja. 105 ist mitgenommen. Ich weiß gar nicht. Die Quelle jetzt kriegen tun wir beim Händler ja eh nicht. Kaufen brauchen wir uns nicht. Wir haben genug Heilungsmittel. Oh, was ist das denn hier? Chang. 265er Wert. Ist mitgenommen. Ich werde den jetzt hier nicht die Gabeln klauen. Damit hören wir inzwischen auf. Gabeln. So was brauchen wir nicht mehr. Wir sind jetzt schon etwas höher im Kurs. Was das Klauen und Plündern angeht. Ja. Also hier auch. Brauchen wir alles nicht. Ein paar Pflanzen. Blödsinn. Hä? Ja. Ja, bitte um meine Aufmerksamkeit. Also hier. Richtig wertvoll. Da wir ein bisschen am Kochen sind wir denn jetzt hier gelandet. Kann man das leden? Captain Rockhoffs Computer. Ich dreh durch. Wir sind einfach in der Kabine vom Captain. Seig doch mal. Sicherheitsstufe einfach. Einsteiger. Das heißt ja. Das sind ja nur Zweier und Dreier. Das sieht schon mal sehr gut aus. Dann brauchen wir noch. Okay. Das sieht scheiße aus. Das heißt wir brauchen den. Und den. Und hier brauchen wir dann zwei, die nebeneinander sind. Wahrscheinlich den. Und dann drei. Bup, 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 bup. Bup, 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 bup. Den. Zack, zack. Easy. Ich musste mal kurz so eine blöde Steam-Meldung weglicken. Äh, so. Unternehmenskommunikation. Trident.com. ICC 8456A von Trident-Konzern. Captain, ich habe Ihren Zwischenfallbericht bezüglich Deck-Officer Cantlay erhalten, der seit etwa einer Woche als vermisst gemeldet ist. Nach dem, was ich hier lese, mutmaßen Sie, dass Cantlay an Alkoholsucht gelitten haben muss und zuletzt im Betrunken und im Zustand in der Nähe einer der Hauptluftschleusen gesehen wurde. Drei Minuten nach der Sichtung löste die Luftschleuse aus, verursachte einen Druckabfall in Abschnitt 7a, wobei Cantlay leider ins Weltall gesaugt wurde. Wenn Sie uns diesen Ablauf bestätigen, fahren wir mit der Untersuchung fort. Bitte informieren Sie uns, falls Sie neue Informationen zu dem Zwischenfall erhalten. Das klingt nicht nach einem Unfall. Äh, hier hat jeder vom Trident-Konzern. Captain, könnten Sie bitte das Abhandenkopf folgender Gegenstände von Flug VOY765 bestätigen und Auskunft darüber geben. Laut unserem Aufsichtspersonal am Zielhafen wurden diese Posten nicht wie erwartet abgeliefert. 10 Kisten kostbares Metall, 15 Kisten Wein oder Spirituosen, 10 Kisten synthetische Kleidung und 20 Kisten Mobiliar. Sobald Sie diesen Zwischenfallbericht verfasst haben, beginnen wir mit der Untersuchung. Vermutlich handelt es sich nur um eine nicht übereinstimmende Zählung bei Beginn und Ende des Transportes. Aber es schadet ja nicht, sicherzugehen. Captain, bitte denken Sie daran, dass die nächste Fahrt der Siren von der Gesellschaft zum Erhalt der Erde gebucht wird und diesen den Sternsaal in voller Kapazität nutzen möchten. Stehen Sie den Mitgliedern der Gesellschaft zur Verfügung, um zu gewährleisten, dass das Event nach Ihrer Vorstellung verläuft. Wir möchten diesen wichtigen Kunden unter keinen Umständen verlieren. Weitere Details erhalten Sie in Kürze von uns. Und dann nochmal. Ich glaube, der Käpt'n ist ein langer Finger. Unbekannter Absender ECC 7070C. Diese Nachricht erhält keine Herkunftskennzeichnung. Mögliches Risiko. Okay, Rockhoff, ich habe mit dem Chef geredet und wie ich mir schon gedacht, dachte, sagte er, dass du nicht mehr zurückkommen kannst. Du hattest deine Chance und hast es verbockt. Ist das so schwer zu kapieren. Ganz unter uns. Deine einzige Chance, die in uns zu stürmen, ist, uns was Handfestes zu liefern. Was Großes. Und wehe, das ist wieder so ein Reinfall wie letztes Mal. 20 Kisten voller Möbel auszuladen, hat sich weder zeitlich noch finanziell gelohnt. Also komm ja nicht wieder mit sowas. Ich habe einen Tipp für dich, Rockhoff. Du hast einen Drückeberger auf deinem Schiff. Einer von der Crew. Kindley heißt er. Er schuldet uns rund 4000 Scheine, weil er ein paar Wetten in Neon verloren hat. Jetzt will Vincent seinen Kopf. Sorg dafür, dass Kindley die nächste Fahrt verpasst und wir schauen nochmal, ob wir den Chef umstimmen können. Gute Arbeit bei der Sache mit Kindley. Du hast nicht nur allen Drückebergern in Neon einen Denkzettel verpasst, sondern bist auch noch in meiner Liste nach oben gerutscht. Es gibt nur ein Problem. Das reicht noch nicht. Du musst noch was für uns erledigen. Der Chef lässt sich nur schwer umstimmen. Also pass auf, dass du einen ordentlichen Fang machst. Einen richtigen Hammerfang. Halt die Augen und die Ohren offen und ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Und noch eine. Hab deine Nachricht zu dem Eis erhalten, der bald seinen Weg auf das Schiff finden soll. Das ist doch mal was. Da das Event schon in ein paar Wochen stattfindet, versuche ich nach Hause zu springen und jemanden ranzuholen, der dir unter die Arme greift. Ich behalte das aber für mich, sonst wollen alle was vom Kuchen abhaben. Wenn du das Ding durchziehst, ändert der Chef bestimmt seine Meinung über dich. Könnte dich ein bisschen was kosten, aber du willst ja wieder einsteigen, um auf lange Sicht was zu verdienen, oder? Das waren die Nachrichten hier mit der Crimson Fleet, Alten. Ich hab den Namen vergessen. Neyra, Neyra, irgendwie so. Hm, was haben wir denn hier noch so? Der lässt so viel mitgehen. Hier muss ja wohl irgendwie was sein. Rockhoff, nochmal. Ich kann dich nicht wieder reinholen. Das ist kein Club, in dem man einfach Mitglied wird. Das ist die gottverdammte Crimson Fleet. Hier gibt es keine Bewerbung. Du kriegst eine Chance und wenn Neyra dir keine Kugel in den Kopf jagt, bist du dabei. So funktioniert das hier. Du hast das doch alles schon hinter dir. Du hattest deine Chance und du hast es vergeigt. Wenn ich dir Beachtung schenken soll, würde ich dir raten, was wertvolles von dem Schrotthaufen, den du Starliner nennst, mitgehen zu lassen. Neyra meinte, du hättest bei der Bewerbung wegen deiner Akte gelogen, um den Job zu kriegen. Also kannst du deine Position auch gut einsetzen. Gib der Fleet einen Anteil an den Crads ab, dann sehen wir weiter. Und hör auf, dich bei uns zu melden, bis es soweit ist. Der Gado Ah ja, haben wir wieder einen Beweis gesammelt. Sehr schön. Jetzt machen wir noch den Meister. Habe ich noch einen Skillpunkt? Nö. Ich hatte mir übrigens noch überlegt, dass wir unbedingt, also wirklich unbedingt, das Fliegen spielen müssen. Wir brauchen bessere Flugskills. Familienbrettspiel, das Spiel, was haben wir hier? Ein Kartendeck. Dann haben wir von dem Käpt'n auch alles mitgenommen. Den Safe können wir leider nicht aufmachen. Im Kühlschrank hat er nichts. Und da wir nach, 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 nach New Atlantis müssen, dürfen wir auch keine Schmuggelware mitnehmen. Ansonsten haben wir wieder Stress. Und wir können ja nicht jedes Gefängnis mitnehmen, das wir sehen. Wo soll das denn hinführen? Was mir aufgefallen? Die Stimme sagt nichts mehr, von wegen hier. Oh, mich bitte um eine Durchsage. Der Käpt'n hat gesagt, alles ist kacke. Hallo, Minibot. So. Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Nein, nein, nein. Nein. Wieder zurück. Nein. Geh. Geh. Wiedersehen. Ja, mach's gut. Wir unterhalten uns auch noch mal, du willst ja bestimmt bald eh wieder reden und dann führen wir auch ein wirklich ausgiebiges Gespräch. Mit Prosecco und hast du nicht gesehen. Aber jetzt gerade haben wir ganz andere Probleme. Nämlich, dass ich zu blöd bin, unser Schiff zu finden. Der Biss. Du. Was macht ihr hier? Alles klar. Ich mach mir keine Sorgen. Ich such mein Schiff, Leute. Das ist... Ja. Hier runter. Ah ja. Ich hab die ganze Zeit die falsche Taste gedrückt, um die Falle zu sehen. Er ist ja auch schon wieder zwei Tage her, dass ich gespielt habe. Ähm. Warum? Achso, das hatten wir ja schon aufgemacht, weil wir wollten ja noch ein paar Anziele mitnehmen. Ich bin auch gerne auf alles vorbereitet, aber... Irgendwann ist einfach Schluss. Schnauze. Zack, zack. Wir sind ja gleich am Schiff und dann kann ich das alles abladen. Deshalb überladet sind wir nicht. Den Computer können wir nicht benutzen. Gott sei Dank. Wir gehen auch in den Forstkampf über. So. Ja, Wesco. Ja, Wesco. Ich find's auch immer wieder töfte dich zu sehen. So. Ins Raumschiff. Hallo. Ora. Wir müssen jetzt ein paar Sachen in das Schiffsinventar legen. Nämlich hier ist der Frachtraum. Wir haben Platz ohne Ende. Gott sei Dank. Da passt bestimmt ein Anzug rein. Ach, das war's. Da machen wir es mich jetzt auch ganz anders. Wir müssen ja mal kurz, ganz, ganz, ganz kurz Platz im Inventar schaffen. Ist Wesco wieder hier im Boden drin? Wo ist denn der alte Roboter schon wieder? Wie viel Platz hast du denn? Hast du was für mich gelootet? Das habe ich. Es gehört ganz dir. Ach, hör auf, ehrlich. Qualität 474. Kann ich dir etwas abnehmen? Du bist die Beste. Wie viel Platz hast du denn noch? Du hast doch noch ein bisschen Platz. Dann würde ich sagen, gebe ich dir noch diesen Anzug und den, den und den Helm. Wie viel hast du noch? Ach, guck mal, mehr hat es genug. Das heißt, du bekommst noch die ganzen Spielzeuge und die Dinnerteller bzw. den Dinnerteller. Die Luftbereiten können wir alles hier gebrauchen. Das ist alles geklaute Ware, aber keine Schmugglerware. So. Und dann würde ich sagen, fliegen wir nach New Atlantis und gehen dann vor allem auch für Koffe hin. So. Die Loten sind es. Wir docken ab. Wir sind fertig hier erstmal für das Erste. Abdocken. Die Crimson Fleet Questreihe finde ich sehr, sehr cool, wenn von den anderen Fraktionen die Questreihen auch so gut sind. Da freue ich mich da auch schon wahnsinnig drauf. Da brauchen wir Graf. Jawohl, wir brauchen etwas Graf. Zack. Und dann geht es auch weiter nach New Atlantis. Das ist, wo ist der New Atlantis? Ja. Zack. Da wollen wir hin. Nach Isle for Centauri. Einmal springen bitte. Wir brauchen ein paar Stimmen beim Springen. Epische Musik jetzt. Bitte abspielen. Willkommen im UC-Raum. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir deine Fracht scannen. Macht mal ruhig. Dürft ihr nichts dabei haben. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hatte gerade gesehen, als wir hier so rumgegangen sind. Aber ich glaube, ich habe mich verguckt. Ich hätte schwören können, dass hier noch eine Quest war. Aber ich glaube, ich war einfach nur blöd. So. Ja, dann wollen wir doch mal da landen. So, Karte. Die Loge. Also, das sind alles Punkte, die wir erkundet haben, wo wir jetzt quasi direkt hin können. Wir wollen einfach nur New Atlantis, würde ich sagen, und landen da. Was ist das denn für ein Vieh? Das sieht ja cool aus. Okay, ich glaube, wir müssen nach Neon. So, dann gucken wir mal ganz kurz, ob unser Automat hier wieder ein bisschen Moos hat. 5000, super. Äh, ha, 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 ha. Kaufen wollen wir gar nicht. So. Wir wollen nämlich verkaufen. Verkaufen. So. Jetzt sind wir beim Verkaufen. Das sind unsere Digi-Dietriche. Nein, die wollen wir natürlich nicht verkaufen. Hilfe, Wurf-Items, nö, nö, nö. Aus dem Schiffs-Inventar verkaufen. Aha. Wir müssten einmal aus Andreas Inventar verkaufen, bitte. Andrea. Ja. Brauchst du etwas? Ja. Ich helfe dir gerne, die Last zu schultern. Das ist super lieb von dir. Ich brauche die beiden Anzüge. Zack, zack. Trägt die eigentlich gar nichts? Nämlich ist nicht gerade einfach alles weg und sie trägt nichts? Naja, egal. Und dann hast du doch auch noch ganz viel Sonstiges. Genau. Zack, zack, zack. Das wollen wir alles dann wieder haben. Das müssen wir alles verkaufen. Und den Wein. Im Wald müssen wir auch verkaufen. Oder schauen wir dann gleich. Zapp, 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 zapp. Gleich ist es vorbei. Wir hätten auch, glaube ich, einfach alles nebendrücken können, aber so schöner. So haben wir mehr Zeit verbracht mit ihr. So. Wir wollen verkaufen. Nämlich. Ich kann den Anzug nicht verkaufen. Das ist ja auch schon wieder alles eigenartig. Aber wir können die Broschüren verkaufen. Die haben immerhin einen Wert von 1. Nein, die nicht. Der Automat kann einfach nicht alles kaufen, würde ich sagen. Vielleicht keine geklauten Sachen. Das heißt, die geklauten Sachen müssen wir da rein theoretisch doch wieder, ähm... Wir müssen nicht die ganze Galaxie mit uns herumstecken. Auch der Schlüssel verkaufen, aber wir können... Achso, nee. Ich muss das ja immer wieder geben. Moment, wir machen das anders. Es tut mir wirklich leid. Wir gehen einfach noch mal kurz ins Schiff und packen. Ach, das ist ja auch voll. Können wir gar nichts aus dem Schiffsinventar verkaufen? Aus dem Schiffsinventar verkaufen. Und da sind Rucksäcke für den Highschool-Rucksack. Scheiß auf den. Kleidung. Das ist jetzt das Schiffsinventar. Das ist unsere Kleidung im Schiffsinventar, ja. Wer braucht denn sowas? Ich meine, wir brauchen Pyjama. Ist das jetzt schlimm, dass ich ein Pyjama verkaufe? Ressourcen, Notizen, Hilfe. Ja, ich brauche Hilfe. Kleidung, Helme. Tiefenhelm, weg damit. Sortieren nach Gewicht. Ja, nach Gewicht. Was da unten steht, ist das, was wir gerade machen. Okay. Wir haben noch Schiffsteile, aber warum sollte ich die verkaufen? Das macht ja gar keinen Sinn. Navigator-Rucksack. Gucken wir mal. Vielleicht. Das behalten wir alles. Schön, dass das hier oben auch ausgeschrieben ist, woraus ich gerade verkaufe. Aus Schiffsinventar verkaufen. Gut, wir werden hier nichts los. Ressourcen will ich nicht verkaufen. Ich glaube, das Schiff muss nicht repariert werden. Das ist in einem tadellosen Zustand. Hi. Okay, wir geben das einfach kurz Andrea wieder, damit wir das Inventar, damit wir wieder Platz haben. Ah, ist das. Das Inventar ist mein Endgegner an diesem Spiel. So, das ist Andrea. Das ist mein Inventar. Und dann gebe ich dir einfach alles wieder. Die Dietriche hole ich mir gleich zurück. Aber erstmal nimm das hier alles, damit ich wieder laufen kann vernünftig. Zack, zack, zack. So, und, ähm... Ne, die Rüste. Das hier. Zack und zack. Und den Helm. Wieso habe ich denn jetzt so viele Helme? Ja, egal. So, Andreas Inventar ist jetzt nämlich auch voll. Das ist die Frontier. Und das sind wir. Also, das ist Andrea, weil wir wollen ja unsere Dietriche wieder haben, bitte. Danke. So. Wir können laufen. Das war alles. Und dann schauen wir jetzt mal, dass wir Elbanko sprengen. Dann laufen wir einfach einmal hier hoch. Ja, scannt mich ruhig. Ich habe nichts zu verbergen. Natürlich habe ich kein Kopfgeld. Aber wir werden auch irgendwann übrigens mal auf eine Kopfgeldjagd gehen. So, bop, bop, bop. Einmal zu dem Transit. Hare mich doch bitte dahin, wo ich hin muss. Wo ich hin muss. Das zeigt mir gleich der blaue Punkt. Ich muss nämlich zum Geschäftsdistrikt. Weil da sind die Banken. Und da gibt es die Kohle. Bop, bop, bop. In die Richtung. George, du hast völlig recht. Ich dachte, du hättest was Neues für mich, aber na gut. Aber ja, ich bin ein wahrer Sammler. Du hast völlig recht. Moin, Kollegen. Niemand sammelt so viel wie ich. Was auch sehr nervig ist. Ich glaube, ich könnte alleine 10 Folgen nur mit Sammeln voll machen. Und dann weitere 20 Folgen mit Inventar aufräumen. So, die Gelbank. Und wir gehen jetzt auf... Ja, was machen wir jetzt hier? Wir suchen was, ne? So, moin. Hi. Aber selbst natürlich. Bitteschön. Aber vorher die noch ein paar Fragen. Sind hier noch andere Angestellte? Nein, hier ist sonst niemand. Ja, so ist es. Ich bin komplett alleine. Aber jetzt sind... Sie ja auch hier richtig. Also sind wir jetzt zu zweit. Also ganz genau genommen, ich... Will ja nicht lügen. Tief durchatmen. Wird hier alles so aufbewahrt, was die Gelbank im Angebot hat? Nein, das ist hier nur die Tiefenspeicheranlage. Alle aktuellen Dokumente sind oben in der Hauptanlage. Hier werden die älteren Daten auf Langzeitservern gespeichert. Äh, okay, dann gebe ich doch mal den Zugangspass. Äh, bitteschön. Sehr gut. Einen Moment, bitte. Kein Problem. Ja, Mr. Dombrowski. Willkommen, Sir. Ich trage nur eben Ihren Besuch ein und dann öffne ich das Archiv für Sie. Ich habe ein seltsames Gefühl. Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Hier sind Kopfgeldjäger. Klassisches Manöver. Oh Gott, wir können beides nehmen. Wir nehmen das mit den Kopfgeldjägern. Dafür haben wir diesen Instinkt. Woher zum Teufel wussten Sie das? Es ist so, Ekliptik haben hier reinmarschiert. Die sagten, sie werden abwarten, bis sie ins Archiv gehen und sie dann überrumpeln. Ich soll sie reinlassen und mich dann aus dem Staub machen. Und wenn ich mich nicht an die Anweisungen halte, bringen sie mich um. Bitte seien Sie vorsichtig. Wer weiß, wie viele von denen da drin sind. Ich bedanke mich auf jeden Fall für diese Auskunft. Wir gehen einmal kurz unsere Waffen durch und gucken, was wir so an Munitionen haben. Okay. Inventar, Waffen. Habe ich die nicht gemeindet? Ich hätte die gerne auf der 3. So. Geh in dich zurück. Dann schauen wir mal. Wäre den Eclipse... Da sind sie. Ja, ja. Ich sterbe ganz bestimmt nicht. So. Das war der erste. Oh, Andrea, du kannst dich doch nicht vor mich stellen. Was ist mit dir nicht richtig? Da habe ich jetzt voll den Kopf weggebracht. Andrea, es tut mir leid. Das wollte ich wirklich nicht. Ist hier nicht noch irgendwo einer? Zeig dich doch mal bitte. Gib lieber auf. Das ist der Anführer. Komm, zeig mir dein Köpfchen. Dann hüpfen wir einmal hier hoch. So viel zu, die Gailbank ist ein sicherer Ort. Na komm schon. Aber noch vier Schuss. Die Waffe ist cool. Da werde ich mir auf jeden Fall Munition für kaufen. So. Perfekt gelaufen, das machen wir sofort, wir gehen aber erstmal uns den Loot holen. Vielleicht jetzt glaube ich nochmal, ich muss das Medkit unbedingt auf eine andere Taste legen, ich drücke immer versehentlich das Medkit. So, keine Munition mehr hier, also die müssen wir uns kaufen, die Waffe ist echt cool. Die macht vor allem sehr guten Schaden. Ich finde es auch gut, dass hier unten noch ein bisschen Kaffee liegt, aber ich glaube jetzt haben wir die gelootet, das waren ja nur 4 oder so, oder 5, konnten ja jetzt nun wirklich nicht viel. So, hier haben wir noch ein paar Computer, ich habe hier mal CO2 Mangel, weil ja dann, sobald wir das gemacht haben, kommen wir ja hoffentlich wieder auf den Schlüssel und da haben wir dann ja auch unsere besten Freunde, nämlich die Händler, aber jetzt machen wir erstmal hier die Quest. Gellbank Archiv. Verzeichnis verschollener Schiffe. Die Serendipity verscholl am 29.09.2188, der Käpt'n war D.B. Redgrave. Klassifizierter, das war ein Transportschiff, eine Cred-Tank-Ladung, ganz viele Credits, ungefähr 1,76 MC, so immer MC, Transponder-Typ CBR27, gestartet sind sie Alpha Centauri und das Ziel war vertraulich. Voller Transportverlust und es ist unbekannt, wo es kaputt gemacht wurde. 4 Versuche fehlgeschlagen, es wurde einfach nicht gefunden. Dann haben wir die GLB-098 Legacy. Am 5.3.2211, der Käpt'n war X-Liang. Klassifizierter war auch Transport, hatte auch einen Haufen Credits an Bord, geschätzter Wert vertraulich, Startpunkt vertraulich, geplantes Ziel vertraulich, aber die letzte bekannte Position, das ist wichtig, nämlich im Benoc und zwar, um genau zu sein, Benoc 4. Acht Sucheinsätze sind fehlgeschlagen, siehe dazu 098 SROPS Dutton. So, dann haben wir hier noch die Prosperity von LM Guthrie, weil der Käpt'n am 29.9.2224 hatte auch GLBANK Materialien in einem riesigen Wert dabei. Der Punkt war Voli, Voli Alpha, Ziel war vertraulich und die Positionen sind unbekannt, das sind bestimmt Schiffe, über die wir so rein zufällig stolpern können, wenn die nicht schon geplündert wurden. Dann haben wir noch die Super Macy, da war CB Toussaint, der Käpt'n, war auch ein Transportding, auch wieder ganz viele Credits dabei, Cred-Diskladungen, Startpunkt war Sol, Mars, Ziel war Alpha Centauri, letzte bekannte Position war Sol, und zwar genau gesagt am Saturn, Super Macy, da können wir mal schauen, Saturn, da wissen wir ja schon mal so grob, wo wir hin müssen, Transponder-Informationen. Transponder-Informationen, LSR GB 4592 NA, sämtliche Transporte der GALBANK geschehen über CBA verschlüsselte Transponder. Diese Transponder-Beacons senden über hochfrequente Hyperbursts, Scatter Arrays, was auch immer das ist, einen festgelegten individuellen Langstrecken-Ping. Diese Arrays sorgen dafür, dass die Beacons stets mit maximaler Streuung übertragen, um speziell ausgestattete Suchschiffe zu erreichen. CBA Transponder sind mit der neuesten Verschlüsselungstechnologie ausgestattet. Sie verfügen über eine militärtaugliche Ultra-Bit-Verschlüsselung, vollständig zyklische Kryptomodulation und ein kaskadierendes Frequenzspektrum. Um einen bestimmten Transport zu verfolgen, bitte im Sicherheitsbüro eine Anfrage einreichen, um einen Tracking-Code zu erhalten. Die Transponder werden über eine autarke Energiequelle betrieben, durch die bis zu 250 Jahre versorgt werden. Durch die sie bis zu 250 Jahre versorgt werden. Entschuldigung. Hinweis. Je schwächer die Energiequelle wird, desto kleiner wird auch der Empfangsradius der Übertragung. Und dann haben wir noch den Datenbank-Disclaimer. Mit dem Zugriff auf das Archivmaterial wird bestätigt, geschütztes Material der Geldbank und ihrer Tochtergesellschaften zu lesen. Die in diesem System enthaltenen Informationen sind ausdrücklich nur für die Angestellten der Geldbank bestimmt. Die Weitergabe dieser Informationen an Entitäten außerhalb des Geldbank-Systems zieht die sofortige Kündigung und eine mögliche strafrechtliche Verfolgung nach sich. Bedenken sind an die Rechtsabteilung der Geldbank in New Atlantis zu richten. Okay, haben wir das auch. Die Server-Load. Äh. Oh. Das wäre ein guter Zeitpunkt, um neu zu priorisieren. Ja, du hast ja völlig recht. Ja, ja, du hast recht. Oder Verkauf. Ja, ich gebe dir recht. Oder Verwerfen. Ja, ist ja gut. Die hat das mal so leicht reden. So. Wir machen einmal ganz kurz The Quest-Log. Begib dich zum Schlüssel. Ja, Gott sei Dank. Dann werden wir auch ein gutes Wort für unseren Freund von, äh, dem Starliner einlegen, dass der wieder in die Quimsen-Free kommt. Ich habe die Hoffnung, dass wir den sogar vielleicht in die Crew kriegen. Aber der war cool. Den würde ich sofort aufnehmen. So. Der Typ hat sich verdrückt. Kann ich verstehen. Haben sie mir auch gesagt. Wenn die Schießerei losgeht, hau ab. Ich hätte es nicht anders gemacht. So. Versuchen wir hier irgendwo zu verkaufen oder gehen wir einfach direkt zum Schiff. Ich glaube, wir gehen direkt zum Schiff. Das können wir dann sogar über die Karte eigentlich machen, oder? Hier ist unser Schiff. Du trägst zu viel und kannst nicht schnell reisen. Ähm. Ich habe mir gerade spontan überlegt, dass wir zu diesem Schiff hinlaufen. Weil, ne? Man muss ja auch ein bisschen New Atlantis betrachten. Gehen wir es nochmal durch? Darf ich mithören? Übertritts nicht, sonst klingt es eingeübt. Es muss locker wirken. Aber bei den Prognosen für dritte Quartal stolpern? Ich stolpern. Das wirkt unprofessionell und nicht glaubwürdig. Was ist das? Ein Rygin Industries Automatik, können wir uns bewerben, über uns. Heute die beste Quality of Life Technologie von morgen. Seit seiner Gründung ist Rygin Industries im technologischen Bereich führend. Wir streben nach permanentem Fortschritt, denn es gibt immer Raum für Verbesserung. Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Ziel. Hier gibt es immer die neuesten Nachrichten. Blablabla. 20-jähriges Jubiläum. Rygin Industries und Dayo Estroneering haben dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert. Im Jahr 2310 unterzeichnete Simon Tayo, der Sohn des Gründers von Dayo Estroneering, einen Vertrag mit Rygin Industries. Wodurch das Unternehmen Rygins erste offizielle Tochterfirma wurde. Die beiden Firmen haben seitdem einige erstaunliche Innovationen im Bereich der Raumfahrtechnik hervorgebracht. Und Tayo ist nach wie vor einer der führenden Anbieter in dieser Branche. Zur Feier dieses historischen Moments richtete Rygin in der Astral Launch eine große Gala aus, die als eines der hochkarätigsten Events des Jahres bezeichnet wurde. Zu den Gästen zählten die CEOs verschiedener Unternehmen, darunter auch Best-Importer von Static Solutions und Ron Hope von Hope Tech. Ray D. Careys, selbst Mitgründerin von Rygin Industries, beehrte die Gala und schließt zusammen mit Masako Imada und Simon Tayo auf zukünftige Erfolge an. Neues Personal gesucht. Rygin Industries hat bekannt gegeben, dass wir erneut die Besten in den besiedelten Systemen suchen. MIB. Das Unternehmen stellt regelmäßig neues Personal ein, doch öffentliche Stellenausschreibungen sind selten aktuell, liegt die letzte schon zwei Jahre zurück. Wir hoffen, dass viele ehrgeizige Ingenieurstalente und opportunistisch Gesinnte dies als Chance sehen, Teil unseres stets wachsenden Teams zu werden. Unsere neueste Werbekampagne für Interessierte wird sowohl in New Atlantis als auch in Neon gesendet. Die Bewerbung kann an allen Ranges Informationsautomaten durchgeführt werden. Ich will der Beste, der Beste, der Beste, der Beste. Wir brauchen den Besten, den Besten, den Besten. Ähm, was haben wir hier? Neuro-Ams. Geschichte. Rygin Industries wurde im Jahr 2007... Achso, haben wir noch nicht. Wurde im Jahr 2307 von Ray D. Careys und Itaro Saito gegründet. D. Careys hatte davon geträumt, ihr Wissen und ihre Erfahrung als Biotechnologieingenieurin zu nutzen, um das tägliche Leben zu verbessern. Als sie den Geschäftsmann Itaro Saito trat, dauerte es nicht lange, bis Rygin Industries gegründet wurde. Rygins erstes Produkt basierte auf der neurologischen Forschung von D. Careys und entpuppte sich bald als enormer technologischer Durchbruch, der Neuro-Amp. Die Neuro-Ams brachten Rygin an die Spitzen der Technikindustrie und garantierten auch in den folgenden Jahren die Position der Firma als eine der führenden Größen in dieser Branche. Doch Rygin Industries ruhte sich nicht auf seinen Lorbeeren aus und begann bald in andere Bereiche der Technikwelt einzusteigen. Im Jahr 2310 wurde Tyo Saito Nearing Teil der Familie und ist heute noch ein führender Hersteller und Designer von raumem Schiffen. Neuro-Ams Millionen Menschen profitieren jeden Tag von unseren Neuro-Ams. Neuro-Ams dienen der Allgemeinverbesserung der Gehirnfunktion, um die Lebensqualität zu steigern. Sie kommen in verschiedenen Bereichen zum Einsatz, etwa in der medizinischen Überwachung und neurologischen Behandlung sowie als mentaler Stabilisator, der bei Schlafproblemen, Angstgefühlen und fehlender Sozialkompetenz hilft. Der erste Neuro-Amp wurde von Radicarries entwickelt, einer auf neurologische Technik spezialisierten Biotech-Ingenieure. Die Carries hatte sich zum Ziel gesetzt, alltägliche Schwierigkeiten mit der Macht des Verstandes zu überwinden. Neuro-Ams wurden ursprünglich nur für die militärische Nutzung freigegeben, sind aber seit 2315 auch für Privatpersonen verfügbar und nach wie vor eines der erfolgreichsten Produkte aus dem Hause Ryogen. In den Nachrichten, hier gibt es, also das haben wir ja schon, so, bewerben. Willkommen im Bewerbungsbereich von Ryogen Industries, um deine Bewerbung einzureichen, musst du alle Fragen beantworten, Arbeitserfahrung. Über wie viele Jahre verfügst du in Assistenzpositionen oder in Unternehmen? Zehn. Wie vertraut bist du mit Ryogen Industries und seinen Produkten? Alles gut. Wie gut kannst du an Computertippen und Dateien verwalten? Sehr gut. Welchen Bildungsabschluss hast du? Ich habe einen Uni-Abschluss. Bist du vorbestraft? Natürlich nicht. Deine Bewerbung ist nun vollständig. Um deine Bewerbung offiziell einzureichen, will die bedeutende Bewerbung einreichen. Danach kannst du deine Antworten nicht mehr ändern. Einreichen. Danke für deine Bewerbung. Bitte melde dich für ein Bewerbungsgespräch bei Imogen Salzo in der Operationsetage im Ryogen Tower in Neon. Machen wir. Irgendwann. Ich meine, bei dieser Bewerbung können die uns ja gar nicht ablehnen. So einfach mal ganz ehrlich. Ryogen Industries sucht die Junghänge. Ryogen, nicht Ryogen Industries. Entschuldigung, dass ich diesen Namen falsch ausgesprochen habe. Ähm. Was sagt unser Inventar? Wie überfüllt bin ich? Naja. So. Outland. Da können wir auch noch hin. Was ist das hier? Das ist UC-Center. Gehen wir doch mal kurz da rein. Scheiß auf CO2. Wer muss schon atmen können? Sauerstoff braucht noch niemand. Hallo. Der Kauf großer Posten muss möglicherweise von mehreren Ebenen genehmigt werden. Was einige Wochen dauern kann. Wir bitten um Verständnis. Zwingen? Das ist überhaupt kein Problem. Wir kommen im UC-Vertriebszentrum. Kann ich behilflich sein? Bestimmt. Ähm. Zeig mal was du im Angebot hast. Oh, selbstverständlich. Ja. Oh, Gott sei Dank. Du hast Geld. Kannst, kaufst du mir was ab? Sag mal. Hier, Toilettenpapier. Ähm. Was würdest du mir denn noch abkaufen? Bumm, bumm, bumm. Aus dem Schiffsinventar. Kleidung. Hilfe. Tiezen. Das sind die Sachen, die sie hat. Da wollten wir mal gucken. Oh Gott, welche Munition braucht unsere Waffe? Zeng? Ich bin sofort... Ja, ja. Lauf nicht weg. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal kurz gucken, was wir brauchen. Wir brauchen Kaliber 43 MI. Alles andere kann übrigens weg. Ich kauf nur noch Munition dafür. Alle anderen Waffen kommen weg. Außer eine Nahkampfwaffe. Kann ich behilflich sein? Ja, kannst du. Und zwar, zeig mal was du im Angebot hast. Ja, ja. Munition. Ultramec. Geht die auch? Das sind ja nur 2.000. Wir kaufen die einfach mal. Wird schon schief gehen. Wir haben's ja. Ist ja nicht so, dass wir kein Geld haben. Ich bin sofort wieder dabei. Ich muss noch kurz was gucken. Oh, die geht nicht. Ich hab Munition gekauft, die nicht passt. Das heißt, ich brauch echt 043 MI. Warum hast du die nicht? Willkommen im UC-Vertrieb. Oh, selbstverständlich. Ja, ja. Wir hatten das Thema schon. Warum hast du die nicht? Jetzt kann ich dir die wieder verkaufen und krieg dafür nur noch ein 50. Na, super. Du bist doch scheiße, bist du doch so. Die behalten wir auf jeden Fall. Die kommt weg. Die kommt weg. Die behalten wir auch, weil die ist cool. Die kommt weg. 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 Und die kommen auch alle weg. So. Aber wir haben jetzt wieder Platz. Das war ja Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Munitione. Dass du nicht die Munition hast, die ich brauch. Das ist eine super schwache Leistung. Ich hoffe, das ist dir klar. Zing. Jaja, bei dir nicht mehr. Du kannst mir mal. Kann ich ja woanders viel, viel besser einkaufen. Die Crimson Fleet. Die sind wahre Gönner beim Einkaufen. So. Dadurch, dass wir jetzt nämlich Platz haben, können wir aufs Schiff und wir verlassen dieses Drecksloch. Weil Da gebe ich dir völlig recht. Und gehen zu unserer geliebten, äh zu unserem geliebten Schlüssel. Nicht zu unserer Schlüssel, sondern zu unserem Schlüssel. Ich habe mir übrigens überlegt, ich werde zwischen den Aufnahmen nicht das Inventar aufräumen. Weil, ihr könnt doch ruhig bei sein. Wir spielen das Spiel gemeinsam durch. Also dürft ihr auch mitkriegen, wie ich das Inventar aufräume. Immer und immer und immer und immer wieder. Warte, die Schlüssel. Warte, ist nicht hier? Ja. Der Schlüssel. Außer Treibstoffreichweite. Es geht der Scheiß wieder los. So. Wir müssen... Wie kommen wir denn da über Olympus? Purs festlegen und Sprung. Müssen noch dahin, ne? Nicht, dass ich jetzt... Bestimmt. Wir haben uns gar nicht gescannt, oder? Huh. Woher wissen die, dass wir nicht schwimmen? Äh, sprich mit einem anderen auf... Okay. Helfen wir dem? Wir fliegen erst... Ah, der hat gesagt schnell, ne? Sprich mit... Da sollen wir hin. Hier ist die UC Vigilance. Wir kommen wieder. Keine Sorge, ich komme zurück. Aber erstmal... Möchte ich, ähm... Mein Schiff hat nicht genug... Achso. Das machen wir. Aktuell habe ich überhaupt keine Munition dafür. Das wird keinen Sinn machen, da jetzt hinzugehen und gegen die Kolonisten zu kämpfen. Das geht nicht. Hä? Achso, das geht. Geht das auch? Ja. Wir kommen auf jeden Fall wieder und helfen dem. Die rennen ja nicht weg. Weil normalerweise hätte ich ja diesen Zwischenstopp gar nicht gemacht. Tun wir mal so, als wären wir einfach direkt dran vorbeigeflogen wären. Und jetzt wollen wir hier hin. Und dann zum Schlüssel. Sprung. Wahrscheinlich stelle ich mich hier auch super kneter an. Und das geht eigentlich viel, viel schneller. Und ich weiß einfach nie wie. So, und dann wollen wir an dem Schlüssel auch schon andocken. Undock-Manöver eingeleitet. Angedockt und ausgestiegen. Beziehungsweise eingestiegen. Das Einsteigen verwirrt mich immer. So. Wie kann ich Ihnen dienen? Aktuell gar nicht, Wesco. Wir verfolgen jetzt gerade auch die... Ups. Die richtige Quest, ja. In jedem Spiel ist es anders. Sprich mit der Gardo. Genau das wollen wir ja machen. Sobald wir verkaufen waren und dafür gehen wir... Alles klar, ist richtig Bock aus. Sprich mit Bock. Das ist jetzt auch eine Mission. Ah, ich finde die cool. Andrea, entspann dich. Die Crimson Fleet hat's drauf. Hi. Alles gut. Ich will nichts anfangen. Wir sind doch Freunde. Wer ist hier? Neuling. Neuling. So. Hier wollte ich hin. Zu dir. Ja, du bist die Beste, der Besten, der Besten hier. Nee, andersrum. Erstmal nehme ich dir welche ab. Außer du hast meine Munition. Nö. Das finde ich übrigens ganz schön scheiße. Ähm. Vor allem, weil ich die ganzen Sachen verkauft habe. Das sind unsere Rucksäcke. Da müssen wir... Zwar minus 15% Schaden von menschlichen Gegnern. Einfaches Booster Pack. Plus 25 Tamayra. Das ist ja ein Power Booster Pack. Okay, den sollten wir wahrscheinlich sogar anziehen. Das heißt, wir behalten den und verkaufen den und den. verlieren wir schon wieder Tragedingsbums. Naja, egal. Ähm. So. Helme. Bitteschön. Und dann ist unser... bloß alles. Alles. Und dann einmal noch das Gewicht. Was habe ich denn hier? Das ist der Rucksack, den wir benutzen. Das ist der Rucksack, der dann wegkommt. Aber den werde ich nicht wegschmeißen. Äh. Mikrosekundenregel. Was soll das sein? Ausgefallene produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komponente für die Herstellung verwendet werden. Okay. Müssen wir behalten. L-Scalar, den auch. Platine ist wahrscheinlich auch für die Herstellung als Ressourcen, ne? Das behalten wir alles. Das ist hier unser Essen. Und das ist unsere Kack-Munition. Aber die wiegt ja nichts. So. Dann verkaufen wir aus dem Schiffs-Inventar. Wieso können wir nichts verkaufen? Ich verstehe das nicht. Wir haben hier noch einen Navigator-Anzug im Schiffs-Inventar. Navigator-Rucksack. Kleidung, Hilfe, Notizen, Ressourcen. So. Bleib nicht zu lange weg. Nein, mach ich nicht. Wo ist er? Da. Ja, kann ich helfen? Wenn du etwas brauchst, bedien dich ruhig. Ja, mach ich. Gib mir mal alles wieder. Wir versuchen das jetzt doch noch zu verkaufen. Ich würde ja alles nehmen. Aber ich weiß, ich weiß auch noch nicht so ganz, wie das mit diesem Begleiter ausstatten funktioniert. Ob ich da jetzt einfach alles wegnehmen kann und die hat dann trotzdem noch Sachen? Oder muss ich die ausrüsten? Ich hab keine Ahnung. Weil die hat jetzt hier die Waffe, aber die hat nichts benutzt. Womit schießt die denn? Weil hier auch die Anzüge, hat sie gar nicht an. Rucksäcke. Kann man ganz nochmal geben, verkaufe ich. Helme. Kann man auch verkaufen. Vielleicht haben die einfach, vielleicht muss man die gar nicht ausstatten. Muss ich mal irgendwie eine Erfahrung bringen. Ja, weiß ich. Lass uns mal kurz über das Geschäft reden. So. Ich will mich verkaufen. Sonstiges. Pass auf. Das. 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 Das nicht. Und das kann auch alles weg. Ich glaube nicht, dass irgendwas unter sonstiges eine Daseinsberechtigung hat. Deshalb verkaufe ich einfach alles. So. Dann habe ich hier ein paar, ne nicht Anzüge, sondern Rucksäcke. Das behalten wir, haben wir gesagt. Die beiden kommen weg. Die Helme. Zack, 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 zack. Ähm. Waffen. Ja gut. Das ist nun mal so. Wir brauchen halt Munition. Ressourcen. Nein. Sonstiges haben wir. Perfekt. So. Aus dem Schiffselement können wir, wie gesagt, gar nicht verkaufen. Da haben wir nur unsere Ressourcen. Wir müssen irgendwie mal was machen damit, glaube ich. Kleidung. Und das war's. Jederzeit. Gerne. Mach's gut. Mach's besser. Bye bye. Äh. Wir ziehen hier den besseren Rucksack an. Demmentar. Rucksäcke. Und verlieren erstmal direkt 20 Troage Kapazität. Herzlichen Glückwunsch. Das freut mich sehr. So. Was hast du? Hoffentlich brauchst du Komponenten. Fein. Äh. Du hast Ressourcen. Hilfe. Das war's. Du kannst mir halt gar nicht weiterhelfen. Ja. Du siehst aus als hättest du Munition. Meine Auswahl ist ziemlich groß. Das hoffe ich. So. Pass auf. Munition. Gibst du mir auch die Munition, die ich brauche? Hier. 44. Bekauft. Munition wiegt nichts, richtig? Munition wiegt nichts. Seit Munition kann ich so viel haben, wie ich will. Da passiert gar nichts. Waffen. Passt. Was benutzt du denn? 11 Millimeter. Naja. Ähm. Werfbare Ideen. Habe ich noch nie benutzt. Ja. So. Haben wir das auch. Na gut. Das heißt wir haben auf jeden Fall 440 Schuss. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Dein Preis ist zu hoch wenn es um Schutz geht. Stimmt. Es macht ja nichts. Äh. Muss das repariert werden? Ich würde dein Geld ja gerne nehmen. Aber dein Schiff ist in Topform. Das freut mich sehr zu sehen. Ich würde gerne meine Schiffe sehen und modifizieren. Mal sehen was ich habe. Ja lass mal gucken. Und zwar die Frontier. Was können wir denn da machen? Lass mal schauen. Schiff verbessern. So. Wir können ja einfach mal schauen. Was das hier alles so kosten würde. 13.286 würde einfach eine neue Waffe kosten. Mal hier. Die kosten. Ah. Das sind die Waffen die wir aktuell haben oder? Naja. Jetzt können wir hier nämlich dann neue Waffen kaufen. Zum Beispiel den Auto Elektronenstrahl für 12k. Die Schiffe modifizieren. Da kann man ja schon echt viel machen. Dämpfer Spark. Aber dann verlieren wir einen. Da oben. Wie war das hier bei denen? Oh da kriegen wir. Wie viel würde der denn? Der wird gar nichts dazu geben. Der hier gibt zwei dazu. Das ist die Autokanonen Mauler 104L. Raketenwerfer für unsere Raketen. Die könnten wir auch verbessern. Also wir könnten sogar die Frontier einfach super startklar machen. Antrieb können wir nicht verbessern. Sehe ich das richtig? Und der Schildgenerator. Der ist halt echt schmutz. Da könnten wir uns auch noch einen besseren holen. Protector 30S. Da hätten wir ein besseres Schild. Und eine höhere Ausrüstungskraft. Okay. Und dann haben wir ja hier noch unser blödes Gefangenen Shuttle. Aber das interessiert mich. Das könnte man eigentlich verkaufen. Aber wir behalten das mal. Ähm. Gut. Solange die Fliet an erster Stelle steht, haben wir keine Probleme. Das sehe ich genauso. Nö. Ich brauche nichts. Danke. So. Wo geht es denn hier hin? Der Schlüssel laden wir da wollen wir nicht hin. Wir müssen auch noch zu ihr. Da zu Neva. Hier den Preis bringen. Weil erstmal geht es hoch zu Delgado. So. Und das Gespräch führen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich vielmals für das Zuschauen. Sag bis zum nächsten Mal. Machs gut. Tschüssi.